Amor-Krieger und Samurai sind sie schon. Oh, na, 3-8-4 hält er schon. Stark. Chaos-Krieger. Noch was anderes. Ah ne, Samurai hielt er die Fähigkeit. Ah, ich hab's gedacht, ich muss die Fähigkeit. Ah, ja. All верne. . 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 Das war so klar. Heilpanzer. 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 So, was hat man gesagt, was ist effektiver? Das macht eh keinen Schaden mehr. Das hab ich die Waffe abgelegt. Hm, was macht Schaden von denen? Zauber. Geh zu. 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 Anstieg kloppen. Ja, und die geile Animation von Valor. 500 HP! Ja, ja. Ja, 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 ja. Ich hab die Beleid. Ich hab die Beleid. Äh, ja. Fliegende Gegner, die schweben. Ist ja das so? Aber stimmt nicht. Na ja. Ein letzter schöner Wutanfall. Was? Oh, lol. Auf alle Funktionen wird es trotzdem auf Untermann. Wie behindert es das denn? Na ja. Die Spielmechanik eben. Oh, klar. Bäm. 2000 Leben wieder hergestellt. So, das war 100,000 Wutaner, ja. Also als erstes, immer dieser hessischen Schädel weg. Trotzdem ist Maximum getötet worden. Ist ja geil, ey. So heilsierig. Cool. Der Teufel kommt. Um, 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 um. Gifster Route. Aber, da bin ich noch gar nicht mehr gefragt. Ich sehe das hier echt nur noch abhören. Abhören oder gar nichts zu tun. Ja, aber ich sehe, dass du das Hellen liebst. Das ist ein Spiegel, den möchte ich jetzt gehen. So, so ein Zumba-Feld. Ich habe das mal lieber nicht getan, oder? Ich muss das einfach tun. So, so ein Zumba-Feld. 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 Flammen geht an Schnell weg mit dem P So, und die können den nächsten Mal Flammen können Flammen 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 Sie hat doch auch die Duplex King, oder nicht? Friend, wett ab! Friend, fick dich! Friend, fick dich! Meine haben die Duplex-Klinge! Und Maxe macht gar keinen Schaden, wenn sie eine ganz viel. Auch geil! Und bewegt ihn nach vorne um ein Stück. Wo kann man denn da? Ein Todeswagen! Ein Todeswagen! Ah, das war... Ziemlich viele HP, die Teile! Dampfhammer! Dampfhammer! Tod! Schön schön! Gibt's hier noch was? Nö! Nö! Außer dass nichts gibt's hier nichts! Wo soll man die andere Richtung gucken? Was ist das? Das ist das? Was ist der? Das ist das? Die wollen nicht sterben. Hehehe. Kackviecher. War klar. Komm, noch Wut anfallen. Donner. Donner. Wieso? Das sind doch keine Donnergestalten. Naja.